Die Predigt mächtig segnet Hallo! Wir von Bessel hoffen, dass sie die Predigt mächtig segnet. Lassen Sie es uns wissen! Nehmen Sie bitte Ihre Bibeln und schlagen Sie Genesis auf. Wir beginnen mit Kapitel 39. Ich muss nur kurz die Basis für die Predigt heute legen. Vor ein paar Wochen Vor ein paar Wochen vielleicht mittlerweile vor vier Wochen habe ich über Vergebung gesprochen. Ein Thema, das wahrscheinlich ich weiß auch nicht alle paar Monate wiederholt oder erneut durchgegangen werden sollte. Es ist so wichtig. In Markus 11 gibt es diese Schriftstelle, in der es heißt Sprich zu diesem Berg Hebe dich empor und wirf dich ins Meer und er hebt sich empor. Weltbewegende Gebetserhöhung, auf die dieser Vers folgt, wenn ihr steht und betet. Denken Sie daran, weltbewegende Gebetserhöhung, wenn ihr steht und betet, so vergebt. Die Speerspitze wirksamen Gebets ist Vergebung. Sie bohrt sich den Weg in einen Lebensstil fortwährenden wirksamen Gebets, das wortwörtlich den Lauf der Geschichte beeinflusst. Ich beobachte bei so vielen Menschen, die mir sagen, dass sie vergeben haben, dass es keinerlei Hinweis auf Frucht gibt. Ihr Gedankenleben, ihre Worte, ihr Verhalten gegenüber der Person hat sich nicht verändert. Es muss eine transformative Veränderung in der Person stattfinden, die in Vergebung unterwegs ist. Heute wird es nicht ausschließlich um Vergebung gehen, obwohl ich das Thema anschneiden werde. Ich möchte über diesen Mann namens Josef sprechen. Seine Geschichte, ich liebe die Bibelgeschichten, weil sie helfen, wie David und Goliath, ziemlich leicht zu verstehen. Sie ermutigen mich mit großem Mut und Hoffnung auf große Siege. Ich liebe diese Bibelgeschichten. Und diese hier ist eine wirklich außergewöhnliche Geschichte von einem jungen Mann, der einen Traum hatte. Er hatte Träume, die Gott ihm geschenkt hat, Träume über seine eigene persönliche Signifikanz. Übrigens, ich finde es toll, so hoch über Ihnen allen zu stehen, weil Sie, wenn wir mit der Predigt fertig sind, eine Schultermassage brauchen werden. Wir sollten das anbieten. Vielleicht könnte das Gebetsteam am Ende der Predigt eine Massagetherapie anbieten. Vielleicht sollte ich mich ein wenig weiter hinten hinstellen. Josef hat diesen Traum, den der Herr ihm über seine zukünftige Signifikanz geschenkt hat. Ich denke, dass etwas von Josefs eigener Meinung in den Traum geraten ist. Ich kann es nicht beweisen, aber es gibt einen Vers im Psalm 105, in dem es heißt, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Der Vers scheint zu implizieren, dass etwas eingeflossen ist. Kein Verstoß gegen Gottes Willen. Aber irgendwie hat Josef Einfluss genommen und Gott hat in ihm gearbeitet, um ihn zu der Person zu machen, die das werden sollte, wovon er geträumt hat. Amen, Bill. Hier ist also Josef. Er hat diese Träume. Und er macht den Fehler, seinen Brüdern davon zu erzählen. Josef war bereits das Lieblingskind. Sein Vater Jakob hat ihm einen bunten Mantel gekauft. Er stach hervor. Und die Brüder hassten Josef. Sie wollten ihn ermorden. Tatsächlich haben sie ihn nur deshalb nicht ermordet, weil Ruben, der älteste Bruder, sagte, auf keinen Fall, das können wir nicht tun. Und so haben sie sein Leben verschont, aber sie hassen ihn abgrundtief. Sie werfen ihn in eine Grube und überlegen, was sie tun sollen. Und als Ruben kurz weg ist, verkaufen sie ihn in Sklaverei an einige Händler, die gerade vorbeikommen. Hier ist also Josef. Er hat diesen Traum von persönlicher Signifikanz. Er hat diesen Traum, in dem sich seine Brüder, seine Mutter, sein Vater, jeder vor ihm verbeugt. Was ein peinlicher Traum ist, aber er hat jedem davon erzählt. Vermutlich nicht gut. Ja, wenn es heißt, wirf deine Perlen nicht vor die Säue, bedeutet das nicht, dass irgendjemand als Schwein bezeichnet wird. Es bedeutet, nimm nicht etwas Wertvolles und leg es jemanden zu Füßen, der es nicht zu schätzen weiß. Und genau das war der Fehler, den er gemacht hat. Er war in Sklaverei und wurde an einen ägyptischen Anführer verkauft, einen sehr reichen Anführer, Potiphar. Er wurde als Sklave verkauft und er florierte so sehr in Potiphar's Haus, dass bei allem, was er anfasste, Potiphar zu florieren begann. Alles, was Josef anfasste, wurde vom Herrn gesegnet. Das erregte Potiphar's Aufmerksamkeit so sehr, dass er Josef, denken Sie daran, einen Sklaven, den er gekauft hatte, zum Haupt über alles machte, über sein gesamtes Imperium, wie auch immer das aussah. Josef ist jetzt also für alles zuständig und Potiphar kann beobachten, wie alles, was Josef tut, alles, was er anfasst, zu Gold wird. Und so vertraute Potiphar ihm alles an. Nun, Potiphar's Frau mochte Josef auch sehr. Er hatte auch bei ihr sehr viel Gunst. Und sie wollte mit ihm schlafen. Er weigerte sich. Seine Argumentation war interessant. Es war nicht nur eine moralische Entscheidung, dass Ehebruch falsch ist. Das ist natürlich absolut klar. Aber er fügte etwas hinzu, das mich wirklich anspricht. Er sagte, mein Herr vertraut mir in allem. Warum sollte ich sein Vertrauen entehren, indem ich seine Ehe breche? Das ist unglaublich. Hier ist er also. Er lernt in seiner Gefangenschaft, in Sklaverei, einige der Eigenschaften des Herrn kennen, während der Herr in ihm wirkt. Denken Sie daran, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. In sein Leben wurde fortwährend Charakter eingearbeitet, damit er zu dem Mann werden konnte, der gleich mehrere Nationen retten würde. Er wird ins Gefängnis geworfen und ich liebe es, wie die Schrift davon spricht, dass er im Gefängnis die Gunst des Herrn hatte. Manchmal denken wir, Gunst bedeutet ein großes Haus, ein schönes Auto, einen großen Titel. Nicht für ihn. Da bedeutete es, im Gefängnis und die anderen Gefangenen mögen dich. Das wird Gunst genannt. Das wird Gunst genannt. Und der Gefängnisaufseher mochte Josef so sehr, dass er ihm die Leitung des gesamten Gefängnisses übertrug. Es heißt, er übergab alles der Hand Josefs. Er machte sich nicht mal die Mühe, zu überprüfen, ob Josef gute Arbeit leistete. Er hat ihm so viel Verantwortung übertragen, dass Josef das Gefängnis leiten konnte. Nun, Josef war ein Träumer, das wissen wir. Aber er hatte auch diese Fähigkeit, vielleicht aufgrund seiner Kapazität zu träumen, Träume zu deuten. Nicht nur eine Fähigkeit, tatsächlich sagt er, Gott allein kann Träume deuten. Und so hat er zwei Gefangenen, die beide Träume haben. Er deutet sie, einer stirbt, der andere lebt und vergisst Pharao davon zu erzählen und Josef sitzt lange Zeit im Gefängnisfest. Von dem Zeitpunkt, als er in eine Grube geworfen wurde, bis zu dem Zeitpunkt, als er die rechte Hand Pharaos wurde, wozu wir gleich kommen werden, vergingen etwa 13, 14 Jahre. Es ist möglich, dass von der Zeit, als er den Traum hatte, bis zu der Zeit, als er bei Potiphar war, ungefähr 22 Jahre vergingen. Wir reden also von Jahren. Wie viele wissen, dass wenn jemand ihnen Unrecht getan hat und viel Zeit vergeht, das nicht bedeutet, dass das Problem besser wird. Haben Sie schon mal jemanden gesehen, der jahrelang darüber nachgedacht hat, wie viel Unrecht ihm angetan wurde? Ja, das macht einen nicht zu einem netteren Menschen. Josef sitzt also im Gefängnis und der Pharao hat einen Traum. Der Pharao hat einen Traum und braucht jemanden, der ihn deutet. Und der Mann erinnert sich, oh ja, da ist dieser Mann im Gefängnis, der Träume deutet. Also bringt Pharao, stellen Sie sich das vor, Sie sind das Oberhaupt der wohlhabendsten und kultiviertesten Nation auf dem Planeten und Sie lassen einen Gefangenen zu sich bringen, weil Sie ihn zur Rate ziehen wollen. Schon das allein. Sie müssen eine Menge Gunst haben, um als Gefangene an den Hof des Pharao zu kommen. Er lässt ihn also zu sich bringen und Josef deutet den Traum. Es heißt in der Schrift, dass Pharao den Traum zweimal hatte, weil Gott ihm offenbarte, das ist dringend, ich werde mich jetzt darum kümmern. Wenn Sie die Stellen in der Schrift studieren, an denen der Herr ein Wort wiederholt, dann macht er es manchmal aufgrund der Dringlichkeit seines Wunsches, es in dem Moment zu erfüllen. Andere Male wiederholt er eine Sache mehrfach, weil Sie den Mut zahlreicher Mahlzeiten, nicht nur einer Mahlzeit, brauchen von dem Zeitpunkt, zu dem das Wort gegeben wurde, bis es sich erfüllt. Wenn der Herr eine Sache mehrmals wiederholt, hat das einen Grund. In Thessalonicher heißt es, Weissagung verachtet nicht. Es ist möglich, in einer prophetischen Kultur zu sein, in der so viele prophetische Worte gegeben werden, dass sie tatsächlich gleichgültig werden und die Tatsache, dass der Herr gerade zu ihrem Leben gesprochen hat, nicht mehr wahrnehmen. Zurück zum Thema. Pharao holt Josef also an seinen Hof. Er erzählt ihm seine Träume. Josef deutet sie. Kurz gefasst sind es sieben Jahre Überfluss, gefolgt von sieben Jahren Hungersnot. Und so fragt er Josef, was sollen wir tun? Er schlägt vor, wir bauen Vorratshäuser, wir legen über die nächsten sieben Jahre des Überflusses Lebensmittel beiseite, damit wir Lebensmittel haben, um der Nation während der Hungersnot zu helfen, zu überleben. Großartige Weisheit, großartige Strategie. Nun, in der Zwischenzeit ist Jakob, Josefs Vater, mit seinen elf Brüdern in Kanaan. Israel hat noch nicht sein eigenes Land, seine eigene Nation. Es sind nur Jakob und seine zwölf Söhne. Josef ist einer von ihnen. Sie sind also in Kanaan und Hunger. Und es gibt ein Gerücht, dass es in Ägypten Nahrung gibt. Also sagt er zu seinen Söhnen, geht runter nach Ägypten und besorgt etwas zu essen. Handelt, kauft, tut, was auch immer ihr tun müsst, weil wir sterben werden, wenn wir keine Nahrung bekommen. Und so schickt er die Brüder nach Ägypten. Josef spielt ein wenig mit ihnen. Er sagt ihnen nicht, wer er isst, gibt ihnen Nahrung und legt sie dann rein. Brüder. Wissen Sie? Brüder. Nur brüderliche Liebe. Und sie gehen zurück nach Kanaan. Kurz gesagt, sie kommen zurück, um mehr Essen zu besorgen, weil es Jahre der Hungersnot sind. und sie kommen vor Josef. Stellen Sie sich vor, das letzte Mal, als Sie Josef gesehen haben, wurde er in eine Grube geworfen und Sie haben ihn in die Sklaverei verkauft. Und jetzt haben Sie diesen strengen Regierungschef der wohlhabendsten Nation der Welt. Er steht da mit seiner Würde, mit allem, was zu seinen Gunsten als Weltführer arbeitet. Und er steht vor seinen Brüdern und sagt, kommt her. Nun, sie wissen nicht, ob er ihnen den Kopf abschlagen wird oder was passieren wird. Sie leben bereits mit Schuldgefühlen wegen dem, was sie ihrem eigenen Bruder angetan haben. Sie haben ihren Vater belogen und gesagt, er wurde getötet. Josef sieht sie also an und sagt, kommt her. Sie kommen näher. Und er sagt, ich bin euer Bruder. Ich bin Josef, den ihr in die Sklaverei verkauft habt. Aber seid nicht böse auf euch. Gott hat mich hierher gebracht. Da ist etwas an Vergebung, das am besten funktioniert, wenn wir Gottes Souveränität sehen. dass Gott tatsächlich in der Lage ist, alle Elemente unseres Lebens zu nehmen, das Gute, das Schlechte, das Hässliche, alle Elemente unseres Lebens und sie zu einer Gottgeschichte zu verarbeiten, zu einer Herrlichkeitsgeschichte. Und am schwierigsten ist das, wenn sie mittendrin stecken und noch keine Wiedergutmachung, noch keine Versöhnung sehen. Sie stecken mittendrin, zu Unrecht beschuldigt zu werden. Sie stecken mittendrin in all den Dingen, die nicht so gelaufen sind, wie sie sollten. Josef steckt in einem solchen Moment und er ruft seine Brüder zu sich und sagt, ich bin Josef, den ihr in die Sklaverei verkauft habt. Nummer eins, Vergebung vergisst nicht. Diese Vorstellung, dass sie vergessen müssen, was ihnen angetan wurde, nur Gott kann sich entscheiden, zu vergessen. Sie und ich müssen uns erlösend erinnern. Vergebung bedeutet, dass ich mit meinen Erinnerungen richtig umgehen werde. Dass ich meine Erinnerungen korrekt verwalten werde. Vielleicht war es eine furchtbare Missbrauchssituation und doch haben sie überlebt. Sie müssen diese Erinnerungen mit Jesus im Bild sehen, der ihr Leben verschont hat. Sie müssen ihre Erinnerungen irgendwie mit der Realisation handhaben, dass es unmöglich ist, dass mir ein Blatt ausgeteilt wird, mit dem Gott nicht gewinnen kann. Dass er die Situation nicht, zu meiner Stärke und seiner Ehre wenden kann. Es läuft wirklich alles auf Vertrauen heraus. Es läuft darauf hinaus, wem vertraue ich. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch, bei dem man jemand sagte, Mann, Gott, in dieser Situation zu vertrauen, ist wirklich schwer. Ich sagte, ja, aber welche Optionen gibt es? Ich kann entweder demjenigen vertrauen, der nie gelogen und nie versagt hat, oder ich kann mir selbst vertrauen. Nun, das hat noch nie zu einem guten Ergebnis geführt, wenn ich beschlossen habe, dass ich die Quelle aller Weisheit und Erkenntnis für diese Entscheidung bin. Da ist etwas dran, sich selbst aufzugeben. Ich meine, es ist lachhaft, wenn wir darüber reden, aber wenn Sie darüber nachdenken, er ist absolut treu, er ist der absolut perfekte Vater, er liebt mich bedingungslos, er lügt nie und seine Absicht ist es, in meinem Interesse zu wirken. Warum sollte ich meiner Meinung vertrauen? Warum sollte ich Ihrer vertrauen? Nichts für ungut. Hier ist also diese Geschichte. Bitte sehen Sie sich mit mir Kapitel 39 an. Wir werden ein paar Verse durchlesen. Ich möchte, dass Sie einen Eindruck davon bekommen, was Gott über Josef sagt. Kapitel 39, Vers 2 Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn, als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Vers 5 Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Wenn die Gunst des Herrn auf Ihrem Leben liegt, wird der Segen des Herrn manchmal von anderen gespürt und nicht von Ihnen. Josef ist immer noch ein Sklave, aber sein Herr floriert unter seiner Gunst. Was tut Gott? Gott nimmt einen Mann, der einen Traum hat, und es ist ein Traum von Gott. Aber Josefs Vorstellung von diesem Traum von Gott ist, dass er ganz oben steht und jeder ihn ehrt. Ein sehr selbstbezogener Traum, den er da hat. Das ist seine Auffassung davon, was Gott zu ihm gesprochen hat. Und Gott entwöhnt ihn von dieser Art Traum, der ihn denken lässt, es geht nur um mich. Ich höre mir die Träume von Leuten an und ich liebe es, all ihre Träume zu feiern. Aber jeder Zweijährige glaubt, dass sich die Welt um ihn dreht. Und manchmal sind unsere Träume die Träume von Zweijährigen, weil wir uns noch nicht mit dem Zweck des Traums auseinandergesetzt haben. Was war der ursprüngliche Zweck von Josefs Traum? Seine Stellung der Gunst. Er hat nicht floriert, sondern Potiphar. Es war nicht sein Palast, nicht sein Einkommen, nicht sein Job, nicht seine Freiheit, nicht seine Familie, nicht irgendetwas von all dem. Es war Potiphar, der gesegnet wurde. Warum? Wegen der Gunst, die auf Josef war. Manchmal lässt sich Gottes Gunst auf unserem Leben nicht am besten daran messen, was wir... Betrachten Sie das bitte mit einer gewissen Vorsicht, weil ich es ernst meine, aber folgen Sie bitte meinem Gedankengang. Manchmal lässt sich die Gunst des Herrn nicht am besten daran messen, was wir angesammelt oder erreicht haben, sondern an dem Domino-Effekt unseres Jahres zu Gott, auf unsere Mitmenschen, auf diejenigen, die unter unserem Einfluss sind. Es gibt Leute... Ich erinnere mich, wie ich vor Jahren... Mensch, ich erzähle das nie, aber ich erinnere mich, wie ich vor Jahren mit einem Geschäftsmann zu Mittag gegessen habe. Und er sagte mir später, jedes Mal, wenn wir zu Mittag essen und ich zur Arbeit zurückkomme, bekomme ich eine Gehaltserhöhung. Ich bekam keine Gehaltserhöhung. Ich bin mit demselben Gehalt zurückgekommen, das ich hatte. Aber er kam zurück, er arbeitete in einem Geschäft und sein Chef wartete auf ihn an der Tür und er bekam eine Gehaltserhöhung. Er wurde gesegnet. Ja, Sie verstehen schon. Ich sage nicht, dass ich es verursacht habe. Aber der Herr wird tatsächlich Gunst auf ihr Leben legen, die dazu führt, dass andere Menschen gesegnet werden. Und das muss nicht nur okay sein. Es muss etwas sein, dass sie feiern. Es muss etwas sein, dass sie feiern, dass sie anerkennen, ich weiß nicht, was es ist, weil ich weiß, dass ich es nicht verdient habe. Mit Sicherheit habe ich es nicht verursacht. Ich habe nicht gebetet, oh Jesus, gib ihm eine Gehaltserhöhung. Nichts von all dem ist passiert. Es war kein Glaube, involviert nichts. Nur, dass irgendwie die Auswirkung eines persönlichen Jahres sein Leben berührte, sodass sein Chef ihn mit anderen Augen sah. Kapitel 39, Vers 21, Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Vers 23, Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war und was er tat, ließ der Herr gelingen. Gehen wir jetzt zu Kapitel 45. In Kapitel 45 finden wir diesen interessanten Dialog, den ich bereits erwähnt habe, bei dem Josef seinen Brüdern sagt, dass sie zu ihm kommen sollen. In Vers 4 heißt es, da sagte Josef zu seinen Brüdern, Tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte, Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch fünf Jahre, dass es kein Flügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Das ist außergewöhnlich. Wir denken nicht in Kategorien, dass Gott Böses verursacht. Er hat nicht das Böse von Brüdern verursacht, die Josef hassten und ihn in die Sklaverei verkauften. Er hat das nicht verursacht. Aber er ist in der Lage, die törichten Entscheidungen von Menschen mit freiem Willen zu seiner Ehre zu nutzen. Gott ist absolut entschlossen, Entscheidungen weit über meinen törischen Entscheidungen zu treffen. Charles Stalk hat uns vor Jahren gesagt, Gott hat all unsere Dummheit in Betracht gezogen, als er unser Leben geplant hat. Hier haben wir also diesen interessanten Handlungsstrang, bei dem Josef anerkennt, Nummer eins, ich erinnere mich, was ihr getan habt. Nummer zwei, ich weiß, dass ihr Böses vorhattet. Nummer drei, Gott hat das Sagen. Und er hat das, was ihr als Böses beabsichtigt habt, zum Guten gewendet. Und er hat mich hierher gesandt. Und hier ist der Haken. Josef ist dort, um genau die zu retten, die es nicht verdient haben. Und hier ist der verrückteste Teil. Die Brüder ziehen schließlich zurück, holen Jakob und bringen die gesamte Familie mit sich. Wir haben also alle elf Brüder. Wir haben Jakob, den Vater und sie alle sind jetzt in Ägypten. Und als der Pharao Jakob begegnet, ist er so von ihm eingenommen, so voller Ehrfurcht vor ihm, wegen seiner Liebe zu Josef, der das Land gerettet hat, dass er zu Jakob und seinen Söhnen sagt, ich werde euch das beste Land Ägyptens geben. Zehn der elf Brüder sind Idioten. Das sind die Männer, die Josef töten wollten. Und Gott setzt ein reiches, wohlhabendes Erbe an zehn sehr unwürdige Männer frei, aufgrund der Gunst auf einem hingegebenen Josef. Und das muss okay sein, weil das genau der Punkt ist. Sie wissen, dass sie vergeben haben, wenn sie den Segen, den Wohlstand derer feiern, die sie verletzt haben. Das ist ein guter Punkt. Hier ist ein interessanter Teil. Wenn Sie der Herr sind, und das sind Sie nicht, und ich bin froh, dass weder Sie noch ich es bin. Aber stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie würden dieses Kapitel schreiben. Die sogenannte Hall of Faith, die Ruhmeshalle für die Menschen mit großem Glauben in der Bibel, Hebräer 11. In diesem Kapitel schreibt er über Abraham, über Sarah, Isaac. Er fügt dort all diese Geschichten ein, weil er diese Champions des großen Glaubens ehrt. Und dann kommt er zu Josef. Und er sagt uns etwas über Josef, das ihm besonders aufgefallen ist. Nun, wenn ich die Stelle schreiben würde, würde ich denken, Josef war ein Vergeber, er war ein Träumer, er hörte prophetisch von Gott und deutete Träume, er hat die Bestimmung zweier ganzer Nationen gerettet. Das ist es, woran ich denke. Als Gott von ihm sprach, sagte er, durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israel und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Nicht gerade das, was ich als Zeichen großen Glaubens niedergeschrieben hätte. Aber gehen wir das kurz durch. Josef war der Träumer, bei dem sich alles um sich selbst drehte. Alles drehte sich um seine persönliche Erfüllung, seine persönliche Bestimmung, seine persönlichen Träume. Wenn wir zum Ende seines Lebens kommen, das sind quasi die Buchstützen von Josefs Leben. Am Anfang ist er der Träumer, bei dem sich alles um ihn selbst dreht. Und wenn wir zum Ende kommen, lassen Sie mich diese Stelle in Hebräer in meinen eigenen Worten ausdrücken. Josef steht am Ende seines Lebens und verkündet, Gott wird Israel immer noch ein verheißenes Land geben. Begrabt mich nicht hier in Ägypten. Ich will, dass meine Gebeine der Same einer neuen Nation sind, die Gott heranzieht. Die Träume entwickelten sich von alles dreht sich um ihn, zu es muss um Gottes Volk gehen. Es muss um den Segen des Herrn auf Gottes Volk gehen. Es kann nicht nur darum gehen, was ich bei meiner Beförderung bekomme. Ich werde mein Leben für den Nutzen und das Wohlergehen meiner Mitmenschen geben. Das ist das Königreich und das war seine Reise. Es heißt, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte, bis schließlich am Ende seines Lebens seine letzten Worte lauten, es gibt ein verheißenes Land. Ich will, dass meine Gebeine der Same seiden werden von dem, was Gott in diesem Land, an diesem Ort heranziehen wird. Und genau davon hat Gott Notiz genommen und gesagt, das war Glaube. Das war Glaube. Es war Glaube, in das Unbekannte zu sehen, in das Unsichtbare, mit einem Gefühl der Überzeugung und Bestimmung, dass Gott tatsächlich Land für Gottes Volk bereitgestellt hat. Zwischen diesen zwei Buchstützen von persönlichen Träumen hin zu gemeinschaftsbezogenen Träumen befand sich eine signifikante Prüfung. Und es ging nicht nur um Vergebung. Vergebung ist gewaltig. Es ging darum, wie tief die Vergebung in Josefs Leben ging. Dass sie eine so tiefgreifende Wirkung auf sein Denken, auf seine Werte hatte, darauf, wie er über Menschen dachte. Alles wurde in einem solchen Ausmaß verändert, dass er zusehen konnte, wie seine eigenen Brüder die Strafe verdienten, in unverdienten Segen kam. Darf ich das sagen? Seine Familie kam an einen Platz der Ehre und des Wohlstands über so ziemlich jedem oder sogar jedem, mit Ausnahme von Pharao selbst. Und das waren die Leute, die versucht hatten, Josef zu töten. Wenn ich den Segen des Herrn auf einem Sünder nicht feiern kann, dann bin ich selbst nicht qualifiziert, weil ich das bin. Jemand, der gesündigt hat und dem Gott vergeben hat. Und ich verdiene diese Vergebung nicht mehr als die Person, die mich am meisten verletzt hat. Die schneidet, die Speerspitze, wenn Sie so wollen, von transformierendem Gebet, ist diese aggressive Haltung zu vergeben und fortwährend zu vergeben. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, das für Krisen reserviert werden sollte. Wissen Sie, wenn jemand Sie verraten hat oder etwas Schreckliches passiert ist, wenn jemand Sie bestohlen oder missbraucht hat oder Ähnliches. Es gibt so viele Geschichten in diesem Raum und online. Ich will niemanden in irgendeiner Weise beschämen. Ich sage nur, dass ich nicht glaube, dass Vergebung für Momente der Krise reserviert werden sollte. Ich glaube, dass sie ein beständiger, täglicher Ausdruck unseres Lebens ist. Hier ist dieses weltbewegende Gebet, das Berge versetzt. Und gleich der nächste Satz lautet, wenn ihr steht und betet, so vergebt, lassen Sie die Speerspitze Ihres weltverändernden Gebetslebens die Tatsache sein, dass Sie aggressiv nach dem Privileg streben, jedem zu vergeben, der Vergebung nötig hat. Und das ist es, was verändert. Wir haben Josef, den Träumer. Der Träumer, den der Ausspruch des Herrn läuterte, musste wissen, wie man voller Vergebung lebt. Und nicht nur Vergebung in dem Sinne, dass er sie von seinem Gericht befreit, sondern Vergebung zu einem Punkt, dass es okay ist, dass Sie Segen und Wachstum und Gunst erhalten, die sie nicht verdient haben. Eine dieser beängstigenden Aussagen, die Jesus gemacht hat, und er hat ziemlich viele gemacht, ist diese Aussage. Wem ihr vergebt, dem vergebe ich. Diese Art Verse macht mich nervös, aber ich vermeide es nicht, in seiner Gegenwart nervös zu sein. Ich weiß nur, wenn ich nervös bin, bin ich derjenige, der sich ändern muss. Aber ich lese solche Stellen gerne und denke einen Moment lang darüber nach, dass da etwas ist an meiner Kapazität, meiner Bereitschaft, ein Vergebener zu sein, dass die Erweckung, die Bewegung Gottes auf der Erde beschleunigt. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass er gesagt hat, wenn ihr vergebt, vergebe ich. Anders ausgedrückt, Sohn, wenn du dieser Person Gunst erweist, werde ich deine Gunst mit meiner Gunst erwidern. Wenn du Barmherzigkeit zeigst, werde ich meine Barmherzigkeit erweisen. Wenn du Gnade zeigst, werde ich meine Gnade erweisen. Er kann all das ohne uns tun und kann es ohne uns besser tun. Aber er hat uns als Mitwirkende auserwählt, die Führung zu übernehmen und zu zeigen, wie es aussieht, ein Volk zu sein, das unverdienterweise in Vergebung steht. Ich persönlich glaube, dass das der Grund ist, warum es das Lamm Gottes ist, das für immer auf dem Thron sitzt und nicht nur der Löwe. Das Lamm ist nicht da, um uns an die Sünde zu erinnern, sondern an die Gnade. Das beständige, tägliche, kontinuierliche Bedürfnis nach Gottes Gnade in unserem Leben. Das ist vermutlich genug. Ich möchte offensichtlich, dass jeder in diesem Raum und online weiß, was Vergebung ist. Ich möchte, dass Sie das von Gott wissen. Wenn es hier oder online jemanden gibt, der keine persönliche Beziehung zu Jesus hat, dann möchte ich, dass Sie wissen, wie das ist. Ich möchte, dass Sie wissen, wie es ist, verwandelt zu werden. Die Bibel nennt es Wiedergeburt. Es bedeutet, dass Sie von innen heraus verändert werden. Es sind nicht äußere Regeln, die Sie verändern. Es ist das innere Leben Gottes und der Zustand der Vergebung, der Dinge möglich macht, die vorher niemals möglich waren. Heute Morgen, als ich an den Türen hinten stand, um die Leute beim Rausgehen zu begrüßen, kam eine Frau vorbei und sagte, meine Sucht wurde vor neun Jahren in diesem Haus gebrochen. Frei. Eine Süchtige, die frei ist. Neun Jahre frei. Das ist es, was er tut. Es waren nicht die Regeln, die verändert haben, sondern eine Person. Es war eine Person. Und die Möglichkeit, die Realität von Gottes Liebe kennenzulernen, die Realität persönlicher Vergebung, die Realität einer Beziehung, einer tatsächlichen Beziehung zu Gott, bei der sie mit ihm sprechen und er mit ihnen spricht. Ein Vater. Die ist für jeden hier verfügbar. Falls es irgendjemanden gibt, der sagen möchte, Bill, das bin ich und ich will das Gebäude nicht verlassen, bis ich weiß, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Bis ich weiß, was es heißt, vergeben zu sein. Bis ich weiß, was es heißt, wiedergeboren zu sein. Falls sich irgendjemand in dieser Lage befindet, dann möchte ich Sie bitten, Ihre Hand zu heben, weil wir Sie feiern und dafür beten werden, dass Gott ein großes Werk tut. Gleich hier drüben ist jemand. Ich segne Sie. Noch jemand? Heben Sie bitte Ihre Hand ganz hoch. Noch jemand? Warten Sie nur einen Moment. Ich will nur sicher gehen, dass wir niemanden übersehen. Gleich dort drüben ist noch jemand. Wunderbar, wunderbar. Danke, Herr. Ich habe vergessen, unsere Online-Familie zu grüßen. Wir sind so dankbar, dass Sie bei uns sind. Ich darf so viele von Ihnen auf meinen Reisen überall auf der Welt sehen und ich möchte Sie einfach ehren und segnen. Und falls es irgendjemand in unserer Online-Familie, in unserem Online-Publikum gibt, der Jesus noch nicht kennt, aber Christus sein Leben geben möchte, dann bitte ich Sie, uns einen Kommentar zu schreiben. Schreiben Sie einfach, ich möchte Jesus kennenlernen und einer unserer Pastoren wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und für Sie beten. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht. Es ist die Tatsache, dass Jesus unseren Platz bei der Bestrafung von Sünde eingenommen hat, damit wir in seinen Platz des ewigen Lebens eintreten können. Ich lade Sie jetzt ein, Ihr Herz dem Herrn Jesus zuzuwenden und zu sagen, ich empfange Dich als mein Herr und Retter. Ich wende mich von jedem Bereich meines Lebens ab, der Dich nicht ehrt und ich lebe bewusst mit dem Ziel, Dir zu dienen, Dich zu ehren, zu feiern, wer Du bist, als mein Herr, mein Retter. Dich nicht, Amelia, Untertitelung des ZDF, 2020